Willkommen zu den Neuerungen in Caneco Implantation 2017. In dieser Version steht Ihnen Caneco Implantation auf Wunsch mit integrierten CAD-Kern 2017 zur Verfügung. Natürlich können Sie hier ebenfalls sämtliche Funktionalitäten von Caneco Implantation für Ihre Projektbearbeitung nutzen. Unter anderem auch die automatische Erstellung der Schemata. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.